Ich begrüße dich heute am 12.12.2023 und schön, dass du da bist. Ich möchte erstmal dir und allen danken für die E-Mails, für die Spenden, für die Anschreiben, für die Kommentare. Und das ist heute auch das Thema, das Feuer und all das, was da mit uns geschieht in diesem Aufstiegsprozess, in dieser großen Portalöffnung, die wir heute haben für das Jahr 2024. Also erstmal ganz lieben Dank, wo ich mich nicht persönlich bedanken kann, bedanke ich mich jetzt hier. Und wenn ich mich persönlich bedanken kann, mache ich das natürlich auch immer gerne. Schön, dass du da bist. Ich möchte dich einladen zum 21.12.2023, 19 Uhr zur Meditation, Wintersonnenwende mit dem Herzkristall von Gaia. Heute öffnet sich das galaktische Tor zur Zentralsonne und Urzentralsonne, zur Zentralsonne Helios mit den Gold-Blau-Kristallinen-Frequenzen. Das letzte Channeling, darauf gehe ich auch ein, war so wunderschön. Also erstmal lade ich dich ein zum 21.12.19 Uhr und du findest die Infos auf meiner Webseite, auch unten in der Beschreibungsbox unter dem Video. Daniel Janang ist meine Webseite, ganz leicht und einfach. melde dich an, ich freue mich auf unser großes Licht-Kollektiv und es geht wirklich jetzt um die Herzenskraft und Stärke immer mehr, immer mehr, immer mehr. Denn in 2024, alle, die sich jetzt von der Liebe tragen lassen und da geht es darum, das Herz nach vorne zu öffnen, um in das Geben zu gehen, in den göttlichen Dienst und aber auch das Herz auf der Rückseite, ich habe viel berichtet, ja, schon darüber, um in das Empfangen der Liebe zu gehen. Also das Herz, diese Herzkraft strahlen zu lassen, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, wie so ein Stern und da verbinden wir uns dann mit Gaia, aber auch der Zentralsonne. Also ich lade dich wirklich herzlich ein, du findest alles auf meiner Webseite. Ganz kurz, bevor ich anfange mit dem Thema Feuer, die Feuerwelle, die uns in 2024 erwartet, lade ich dich auch ein, vielleicht zu einer meiner Reisen, im Februar, März, April und Mai und Juni und es gibt ein, darauf freue ich mich schon sehr, ich kriege schon viele Anmeldungen, muss ich jetzt schon sagen, ja, die Brixenreise ist eigentlich fast schon ausgebucht und ich freue mich auf ein großes Event, was sich jetzt auch ankündigt in Konstanz am 16. und 17. März, März, ja, kurz bevor ich in Kisleck bin. Dazu sage ich aber mehr zu den Lichtfrequenztagen, ja, da bin ich eingeladen dazu und wir machen schon alles dingfest und darauf freue ich mich auch ganz doll. Es wird auch ein gewaltiges Jahr, es wird ein gewaltiges Feuerjahr. So, und da sind wir jetzt aber schon mittendrin in dem Thema heute mit dem Übergang zum Neumond. Wir haben heute eine ganz starke Aktivierung von Erzengel und Metatronen und zwar die Lichtkörpermerkerbeaktivierung. Vielleicht spürst du es wieder, ich kann gar nicht mehr darauf eingehen, auf die Lichtkörpersymptome und einige haben sie ja auch nicht. Und das ist auch super, wenn sie sie nicht haben, weil sie einfach dann uns alle, die wir sie haben, die sehr hochsensiblen, ja, stärken damit, das ganze kollektive Feld auch damit stärken. Die Sternensaat wird heute sehr aktiviert über die zwölf Genesis Codes in uns, zwölf mal zwölf zu den 144 Lichtcodes in uns. Und wir haben auch noch ab morgen den Merkur rückläufig bis zum 2.1. im Steinbock. Wir haben ein phänomenales Portal und heute möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie diese Energien und Frequenzen uns in unserem Aufstiegsprozess unterstützen, vor allem in dieser ersten erwachenden Lichtliebesträgerwelle auch. Ja, okay, also ich gehe mal ein auf diesen rückläufigen Merkur am Morgen. Es ist gar nicht so wichtig, ob du mit dem konform gehst oder nicht konform gehst. Was ich aber im Feld wahrnehme und auch bei mir natürlich immer spüre, ist, dass ich mich total fokussiere auf meine Projekte in 2024. Wir hatten heute schon das erste Meeting für diese Lichtfrequenztage in Konstanz und ich merke, dass ich ganz straight mich wirklich nicht ablenken lasse von rechts und links und Telefonate, die gerade nicht wichtig sind oder auch Energien, die nicht wichtig sind und vor allem das äußere Geschehen gerade, sondern mich ganz doll in die Essenz bringe, zentriere in meine Essenz für meinen Lichtweg im höchsten Dienst für das Ganze. Und das ist das, was wir jetzt auch erfahren werden, auch mit diesem rückläufigen Merkur. Du wirst es sehen, dass du das Gefühl hast, bei all dem, bei dieser Informationsflut, dich ganz auf dich und deine Pläne zu fixieren oder auch das, was jetzt zu dir kommt. Und zwar, wir kriegen jetzt so eine Art Feinschliff. Ja, ich habe ja schon auch einiges für 2024 fertig, aber es kommt jetzt so eine Art Korrekturzeit, wo du nochmal in einen Feinschliff gehen kannst. Jetzt kommen ja auch noch die Rauhnächte und für dich gucken kannst, was ist jetzt nochmal stimmig? Möchtest du das fortführen zum Beispiel? Oder möchtest du es lieber sein lassen? Oder fühlst du eigentlich schon, dass es sich von dir löst und du traust dich dem aber noch nicht, das einfach ganz loszulassen? Vielleicht spürst du, dass Menschen sich mehr und mehr wieder aus deinem Feld heraus bewegen. Vielleicht spürst du aber auch, dass Aufgaben, die du hattest, die du eigentlich auch geliebt hast, jetzt nicht mehr so eine Priorität haben in deinem Leben, auch wenn noch gar nichts Neues da ist, sondern du einfach nur in eine tiefere Bewusstheit dafür kommst. Also wir haben ja eine Öffnung unseres inneren Bewusstseins und darauf gehe ich auch noch weiter ein. Das sind so Sachen, die du vielleicht spürst und vielleicht kannst du schon noch wahrnehmen jetzt auch dann in dieser Rücklaufzeit, dass sich bestimmte Sachen doch verschoben haben, die du angedacht hattest. Zum Beispiel, ich weiß das von einigen, die jetzt wirklich auch umziehen und von anderen, die den Plan hatten, umzuziehen und es hat sich nicht so realisieren können. Und genauso ist es auch in Gemeinschaftsprojekten, dass du in einer Art Feinschliff jetzt nochmal für dich prüfen kannst, wo bewegt sich deine Energie hin? Und es gibt so eine Tendenz, alles was leicht ist, also wo nicht so viele Kompromisse gemacht werden müssen, wo du eigentlich spürst, dass es auf einmal zu dir kommt und sich auf einmal bewegt. Alles was so leicht ist, ist in deinem Seelenplan vorhanden und gehört zu deinem Seelenplan. Auch wenn du es vielleicht gar nicht mehr haben willst, das ist ja auch ganz spannend, ja? Und du spürst aber, dass es weiterhin da ist und weiterhin da ist. Dann gehört es jetzt noch, auch in dem Timing, zu deinem Seelenplan. Und wir werden jetzt also so eine Art inneren Feinschliff bekommen vom Gefühl her für unsere Visionen und Projekte für 2024. Und das verstärkt sich noch bis zur Tag- und Nachtgleiche am 21.03. Also wirklich die kommenden drei Monate. Jetzt geht es richtig los, ja? Deswegen watch the signs, achte auf die Zeichen. Was brauchst du dafür? Immer wieder Stille und Rückzug. Und ich empfehle, wirklich zu meditieren oder lange in der Natur zu sein, um dann die Antworten, die Inspirationen, die, selbst wenn du eine Frage stellst, also ich stelle eine Frage an die geistige Welt und dann gebe ich das ab. Und irgendwann kommt die Antwort. Es kann lange dauern. Es kann ganz schnell gehen jetzt. Es geht immer wieder um dein Vertrauen. Immer wieder um den Atem. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja? Und was jetzt auch noch dazu kommt, wir haben ja in Steinbock, ne? Ja, rückläufiger Merkur in Steinbock. Genau. Das spüre ich also auch. Halte den Fokus und das bedarf einer gewissen Form von Disziplin. Und ich spüre das selber. Das ist so, es gibt Tage, wo ich weiß, ich kann ausschlafen und auch meditieren. Und dann gibt es Tage, da habe ich Termine, bam, bam, bam. Und die wollen eingehalten werden. Es ist ein Gottesdienst. Und dann bleibe innerlich dran. Bleibe dran. Bleibe diszipliniert. Das ist der Steinblock. Block. Block. Auch nicht schlecht. Ich immer mit den Holpersteinen. Das ist das nächste Thema. Merkur. Kommunikation. Also bleibe in diesem inneren Fokus, dieser inneren Willenskraft auch, dieser inneren Disziplin. Das wird jetzt auch noch benötigt, denn du setzt jetzt alle Samen für 2024. Du siehst aus und wir sehen und wir sehen und wir sehen aus. Es lohnt sich, das wirklich aufzuschreiben. Immer wieder zu fixieren. Also ich bin jetzt nicht so ein Vision Board Profi, aber fixiere es. Fixiere es. Selbst wenn du dir aus einem Tarot eine Karte ziehst, eine Tageskarte oder eine Jahreskarte oder eine Monatskarte, leg dir das auf deinem Altar oder Schreibtisch. Halte den Fokus. Ganz wichtig jetzt, ja. Okay. Das Nächste, worauf ich eingehen möchte, ist, wie ich das jetzt auch schon gechannelt habe, es ist unser Kommunikationsfluss. Und zwar, der wird sich jetzt aufgrund dessen ändern. Es wird immer klarer werden. Du kannst es natürlich nicht erzwingen, aber aber unsere Ausrichtung bringt die Klarheit und bringt die Intention. Deine Intention ist das. Das ist jetzt die Zeit zum Um. Es war schon mal im September, so. Und jetzt ist es die Zeit, wo wir so viel Push kriegen, dass du für dich dich ganz klar in deinen Zielen auch fokussieren kannst, ja. Es kann zum Beispiel sein, dass du dich weiterbilden möchtest, jetzt, in 2024. Das ist eine ganz große Energie für Weiterbildung da. Es kann sein, dass neue Herausforderungen kommen, denn es kommen große Veränderungen auf uns zu. Und ich höre das überall. Sei es eine Beendigung der Partnerschaft, sei es ein Wohnungstausch, sei es, dass Kinder kommen, sei es neue Berufe, neue Projekte, neue Ideen. Es wird viele, viele neue berufliche Chancen jetzt geben. Und es wird auch auf der emotionalen Ebene, sogar finanziell, sich sehr, sehr viel Gutes für uns öffnen. In 2024 ist unsere Kreativität gefragt. Und das bedeutet, sich darauf einzulassen, ständig was Neues auszuprobieren und ständig, also ich habe gerade gepostet zu dem Thema Mut, dass wir so viel Mut jetzt haben werden und brauchen, immer wieder das Neue anzunehmen, zu sehen und sich auch darauf einlassen zu können. Also wir brauchen viel Kreativität in 2024. So viel um die Ecken denken oder auch sich selbst zutrauen, dass alles möglich ist. Ja, okay. dadurch in 2024 entstehen auch neue Schöpfungsbündnisse. Darüber habe ich berichtet, denn alles, was jetzt von, also alles, was nur noch von der Liebe getragen ist, entspricht dem Ausdruck deiner Seele. Und ich rede jetzt hier vom Aufstiegskollektiv, diejenigen, die vorangehen. Es ist so, dass sich das nicht mehr wie Arbeit anfühlt, obwohl ich das Gefühl habe, 2024 27 auch am Wochenende ständig etwas darin zu bewirken, aber es ist ein viel leichterer Flow, der da darin ist. In diesem Thema, okay, ich mache jetzt nochmal E-Mails, okay, ich mache jetzt nochmal eine Zusammenstellung, okay, ich sitze nochmal zwei Stunden am Notebook und so weiter und so fort. Es ist ein viel leichterer Flow, weil es ist Ausdruck deiner Seele. Und wir bekommen jetzt aus der Zentralsonne mit dieser Öffnung auch dieser 12 zu 12 Codes und auch der 11 zu 11 Codes unsere Missionscodes als Information in diesem Lichtplasma in unser Zellbewusstsein. Und es fühlt sich nicht mehr dann wie eine niedrig schwingende Arbeit an, sondern ist ewig so eine Art befruchtend, fruchtbar. Ständig höre ich das Wort fruchtbar. Das hat was mit diesem heiligen Fruchten Wasser in uns zu tun, was ich auch gechannelt habe, was sich jetzt kreiert, was sich in uns kreiert, in diesem ganz neuen Schöpfungszyklus in 2024. Es ist keine niedrig schwingende Arbeit mehr, sondern es ist so eine Art Licht Flow, in dem wir uns bewegen und jetzt in diesem rückläufigen Merkur auch wirst du sehen, wenn du dich öffnest dafür in der Stille, in der Ruhe, dich dem auch immer wieder mal hingibst, also auch deinen Fokus hältst, dass eine Neubewertung kommt, dass du nochmal anfängst, Beziehungen neu zu bewerten, dass du anfängst, Projekte neu zu bewerten, Investitionen neu zu bewerten, Ideen neu zu bewerten und das ist das, was also jetzt nochmal mit diesem rückläufigen Merkur auch bis 2. Januar auf uns zukommt. Ich gucke jetzt kurz mal Augenblick, was ich noch alles erklären will. Hier haben wir was hier. Okay. Für diejenigen, die jetzt ihre innere Arbeit abschließen und darauf möchte ich jetzt eingehen, aber auch für jeden anderen möchte ich etwas erklären, wo wir in unserem Aufstiegsprozess jetzt sind. Ich habe schon oft erklärt, dass die Zeitlinien sich auch in 2024 jetzt vollkommen trennen werden, lösen werden und das ist okay. Das ist nicht schlimm. Es ist okay. es gehört einfach dazu und wir werden in 2024 viele, viele, die jetzt erwachen, selbst wenn sie politisch erwachen, werden das auch spüren, auch diejenigen, die nicht den Weg mit gehen auf die neue Erde, werden dieses Seelen Erwachen in sich mehr und mehr spüren und zwar ich fange mal hin, das ist das seitenverkehrt das erste Mal habe ich jetzt verstanden, dass es seitenverkehrt ist, wenn ich das zeige. Okay, erste Ebene. Das Erwachen zur Seele. Erste Ebene, das Seelen Erwachen, Seelenbewusstsein, das ist dieses spirituelle Erwachen, beginnt jetzt mit dem Drachenjahr ab 10. Februar, aber wir sind da jetzt schon drin, ganz intensiv, das heißt, die Menschen spüren mehr ihre Verbindung zur Seele, den Seelenstrom, auch zum Beispiel den Atem und eine Art innere Führung, da ja auch die Intuition sich jetzt verstärkt, ja, das ist sozusagen die erste Ebene im Aufstiegsprozess des Erwachens, ja, und die nächste Ebene im Aufstiegsprozess, jetzt mache ich das ein bisschen tiefer, mal gucken, ob ihr das sehen könnt, ja, ich glaube, ja, zweite Ebene ist der Aufstieg in die Meister Essenz, das wird 2024 unser Fokus sein, in die Überseele, und das ist eine weitere Aktivierung, ja, unseres Lichtkörpers, der Merkabar, es findet jetzt bei vielen statt und da werden wir dann in diese neuen Aufträge, Seelenaufträge gebracht, geführt, geschoben und zwar auf der galaktischen Ebene, das heißt, diejenigen, die dann in diese Verbindung mit der Überseele schon gehen und das kannst du jeden Tag mit dir machen, jeden Tag diejenigen dienen mit ihren göttlichen Gaben, diejenigen haben den Zugang schon zum Dienst mit ihren göttlichen Gaben und das bedeutet, dass, ich muss mal kurz ein bisschen was ablesen, ja, sie mehr und mehr in ihre innere Führungskraft und Rolle geben, das heißt, auch ihre Schöpfungskraft in die Verbindung der Überseele, aus dem ich bin, aus deinem Hohen Selbst sozusagen und diejenigen, die also da schon sind, werden schon vom galaktischen Hohen Rat betreut, initiiert, geführt, geschult und ausgebildet. Also das nennt man Überseelenaufstieg und das bedeutet, dass also schon der Zugang zu dem galaktischen Wissen geöffnet wird und auch zu dem eigenen inneren galaktischen Wissen. Dann gibt es die nächste Ebene, die jetzt auch geöffnet wird. Das zeige ich euch mal nochmal hier. Letzte Ebene. Dritte Ebene, das ist übrigens die Verbindung mit der kosmischen Mutter, die weibliche kosmische Kraft, Mutter Essenz, die jetzt Muttergöttin seit letztem Jahr so stark auf die Erde fließt, der heilige Schoß, Mikro, man könnte dieses, oder man nennt dieses die Monade, also eigentlich auch kosmische Mutter, das Seelenhaus und diejenigen, die dann in diesen, in diesen Missionen, mit diesen Lichtcodes, mit diesen Informationen geöffnet werden, so möchte ich das sagen, können, ich passe ein bisschen auf, wie ich das ausdrücke, erfahren in ihrem Aufstiegsprozess die Verbindung zur kosmischen Ebene, also intergalaktisch und haben den Auftrag, fühlen sich darin berufen, die Christuslehre, die Christusenergie, das Christusbewusstsein hervor zu tragen in der Führung für alle anderen. Ja, so ist das richtig ausgedruckt. Also die Monade ist unser Seelenhaus, die monadisch-kosmische Ebene, das ist so eine Art kosmische Korrespondenz Rolle, die wir dann haben. Ich habe heute wieder mal eine schöne Karte gezogen und wer kam Merkur natürlich und da gehen wir in die göttliche Mission hinein, also die Christusenergie, die Christuslehre, das Christuslicht weiter zu verbreiten. Okay. Das sind die drei Ebenen eigentlich, wie wir aufsteigen. Ja, das wollte ich einfach mal so ein bisschen erzählen, weil jeweils in den Ebenen die Seele, die Seele verwaltet sozusagen dein ganzes emotionales körperliches Bewusstsein, hier dein Mensch Bewusstsein, die Überseele, Meisteressenz verwaltet dein Seelenbewusstsein, die Monade, dein Seelenhaus verwaltet deine Überseele, deine Meisterseele. Ja, und jetzt ist es soweit, dass sich sehr, sehr viele öffnen in der Verbindung mit der Seelenmonade. für die erste Welle des Erwachens, der Aufsteigenden, so möchte ich das mal sagen, diejenigen erhalten jetzt die Erwachenscodes, so kann man das wirklich nennen, für die Seelenmonade. Ja, also es wird, ich kann nur sagen, es wird immer leichter und es wird auch in 2024 die Tage geben, das sind die guten Tage und die Tage, es sind nicht die guten Tage und die letzten Tage waren auch bei mir wirklich noch mal immer wieder auf der Durchlichtung der körperlichen Ebene sehr intensiv, aber jetzt komme ich zu diesem heiligen Feuer, die Feuerwelle, die uns in 2024 erwartet. Das innere Feuer erwacht weiter, ich Struktur, die niederen Ebenen der Manipulation und der Lügen und so weiter in unserer Gesellschaft und insgesamt auf dem Planeten Erde und siehe da, da kam mir ein Buch entgegen, es geht ja jetzt um den Aufstieg deiner Lebenskraft, deiner Kundalini, da kam mir ein Buch entgegen, ja, die wahre Schlange, ich habe eure Kommentare gelesen, danke dafür. Was? Die Schlange des Lichts von Brunvalu Melch Zedek und hier geht es um den Aufstieg der Lichtenergie, der Seelen Essenz Energie in unserem Körper, natürlich auch in der Kundalini und die Aktivierung natürlich unserer gesamten 12-Strang-DNA. Heute wird unsere 12-Strang-DNA diese 12 Genesis Codes ganz stark aktiviert und vielleicht hast du es ja vorher gespürt oder nachher ich schlafe ja auch sowas von viel, viel ist gar kein Ausdruck, 11 Stunden plus plus, ja, also jeder verarbeitet es gerade anders und wie du weißt, erfahren wir eine vollkommene Neuverdrahtung, Neuverdrahtung in unseren Chakren, in unserem Gehirn, in unserem Nervensystem, vor allen Dingen, in unserem Drüsensystem, vor allen Dingen, Endrogram-Drüsensystem, aber auch in unseren Organen gibt es eine Zellumwandlung, Zellstrukturumwandlung, ich habe schon viel darüber berichtet und mit dieser gesamten Neuverdrahtung, die wir jetzt erfahren, erhalten wir ein ganz neues Körperbewusstsein. Wir kommen nämlich wieder, wie schon so oft gesagt, zurück in unseren Körper, zurück zur Basis, zurück in unseren Körper, aber ganz neu mit Gotteslicht, mit deinem Seelenlicht, nicht nur das, mit deinem Überseelenlicht, deiner Monade. Und dieses Körperbewusstsein, der Aufstiegsprozess ist so, erst durchlichtet sich unser ganzer physischer Körper und alle Organe etc. pp. Und dann, und es läuft auch parallel, aber so kann man das ungefähr erfahren, deswegen gibt es viele gesundheitliche Themen, deswegen gibt es viele Reinigungsprozesse und parallel dazu werden natürlich die feinstofflichen Körper auch gereinigt, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Identifikationen, all das aus allen Leben übrigens, und mit dieser Feuerwelle, die wir jetzt erwarten dürfen in 2024 mit dem Drachenjahr, mit dem Feuerjahr, dieses Aufbäumen des Elementes Feuer und parallel dazu das Wasser. Die beiden Elemente sind jetzt für diesen gesamten Reinigungsprozess bis ungefähr danke 2030, 2032 ganz aktiv und deswegen auch diese starken Reinigungsprozesse was wollte ich sagen ich habe gerade noch mal die Zahl abgefragt Okay Atmen Erden Aha, okay, jetzt habe ich es Wenn der Mensch durch ist mit dieser Reinigung in diesem gesamten Körperbewusstsein, dann kommt ganz aktiv und das geschieht im nächsten Jahr die Reinigung nochmal der emotionalen, mentalen, spirituellen Körper deiner Psyche und das bedeutet auch, dass sehr viele Menschen in dieser Orientierungslosigkeit in diesem gesamten Reinigungs- und Umwandlungsprozess im nächsten Jahr psychisch psychisch stark ja, wie soll ich das sagen, wie ich finde jetzt die richtigen Worte das in ihrer Psyche erfahren werden Leiden möchte ich nicht sagen, einfach in ihrer Psyche erfahren werden dieses Feuer, was uns jetzt erwartet und ich kann dir ein Beispiel geben, ja ich bin ja Feuerelement und Wasser, ich bin Feuer und Wasser, ja Krebs, Wasser, so und ich habe Streischölzer zu Hause und die gehen ständig nicht an und es macht mich wahnsinnig, wenn diese Streischölzer nicht angehen, wenn der Funke nicht gleich los geht, ja und parallel dazu spüre ich aber oder habe ich gespürt, jetzt geht es gerade wieder in den letzten Tagen, dass ich, dass dieser Funke nicht gleich los geht, ja Funke in mir. Jedes Mal, wenn eine Grenze überschritten wurde bei mir, was andere vielleicht gar nicht spüren, aber ich spüre es, zack, dass das Feuer dann anging, zack, und der Funke sprang über, eben nicht bei den Streichhölzern, sondern ich sofort gemerkt habe, Grenze, zack, und ich, boah, so, ja, gleich da, boah, und dann war es ein Funke. Ja, Mann, Jod, oder irgendwie sowas, ja, und dann war wieder gut, diese Funken, dieses Feuer, werden wir im nächsten Jahr mehr erleben. So, ich habe zum Glück das Wasser bei mir, ich atme, ich erde mich, puh, ich weiß, eine Minute geht alles vorbei, wumm, ist alles wieder weg, sofort Verbindung, zack, 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 oben, unten, rechts, links, vorne, hinten, aber andere, die damit noch nicht so gut umgehen können, vor allen Dingen, wenn sie noch nicht genügend in ihrem Körper sind und durch diese Körperreinigungen durch sind, werden relativ schnell anzünden und relativ schnell lange auch in diesem Feuer bleiben. Was hilft dir also? In dieser Transformation, ich habe ja über das Fruchtwasser gechannelt, es ist dieses heilige Seelenwasser, dass du mehr und mehr tiefer in deinen Körper eintauchst. Körperarbeit ist so wichtig jetzt, dass du immer wieder lernst zu atmen, dass du immer wieder dich mit der Natur verbindest, mit der Erde, mit denen ganz intensiv sind die Drachen jetzt bei uns, ganz intensiv die Einhörner. Bitte, bitte die Wasserdrachen dir zu helfen, bitte die Erddrachen dir zu helfen, bitte die Feuer, Wasser, Erde, Luft, genau, also die Wasserdrachen und die Erddrachen vor allem, ja, dir dabei zu helfen, denn auch der Geist wird angezündet. Wenn du offen bist, dann kommen Inspirationen, aber das bedeutet erst ganz im Körper zu sein, ganz im Körper. So, so werden jetzt also mit diesem Feuer, was kommen wird und diesem Booster, den wir jetzt kriegen, im Aufstiegskollektiv wirklich viele in neue Positionen gebracht. In diese göttlichen Missionscodes, die werden jetzt aktiviert in uns und ich sehe das hier an dieser Einladung für diesen Lichtfrequenztag, so heißt der. Ja, wow, das ist ganz neu für mich, ja, in 2024 dann, da öffnet sich schon ein vollkommen neues Feld, also Vertraue, denn viele werden jetzt da hineingeschoben, so wie ich das erklärt habe, in den Dienst für das große Ganze und der erweitert sich jetzt. Auch das kommt in 2024. Okay, die Voraussetzung ist, dass der Mensch sich von diesen Leidensstrukturen, kein Geld, keine Arbeit, keine Wohnung, keine irgendwie so. Also ich möchte damit sagen, Konstrukten, inneren Konstrukten, Dramen, Leidenskontrollprogramm sich wirklich gelöst hat, um diese eigene Schöpfermacht und Schöpfungskraft zu aktivieren, in sich anzunehmen und zu leben. Das ist die Voraussetzung dafür, ja. Wir werden 2024 und jetzt mit diesem Portal dafür ganz doll geöffnet. Wir sind frei. Diejenigen sind nicht mehr an die alten karmischen Strukturen gebunden. Ich habe das schon oft gesagt. Es ist wie, kannst du den Ausspruch, jäte deinen Garten. Wenn du deinen Garten gejätet hast, kann das göttliche Licht reinkommen. Irgendwie so ist der Ausspruch. Also diejenigen, die sich da vollkommen bereinigt haben, sind frei und werden jetzt in diesem Aufstiegsprozess ihre göttlichen Missionen empfangen können. Ja, so muss man das wirklich sagen. Und noch was. Wir sind keine gefallenen Engel mehr. Wir sind jetzt aufsteigende Engel, Aufstiegsengel. Betrachte dich so, auch wenn du vielleicht noch mal zurückfährst, auch wenn du noch mal tief gräbst jetzt, ja. Betrachte dich bitte. Deine Wahrnehmung verändert jetzt ganz stark mit dieser Schöpfungskraft, mit diesem neuen Schöpfungszyklus ab nächstes Jahr dein Leben. Und ich lade dich dazu ein, wenn du magst, zu meinen Seminaren zu kommen, damit wir das auch zusammen mit dir, für dich, mit uns weiter stärken und aktivieren. Ja, also stärke in 2024 deine Psyche, das heißt dein Mindset. Wirklich deine Gedanken. Beobachte dich. Werde weiter zu einem stillen Beobachter in dir. Okay. Ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Ja, ich habe alles gesagt. Was kannst du tun? Zieh dich zurück. Ich habe alles gesagt. Ich wünsche dir jetzt eine gute Öffnung mit diesem 12 zu 12 Portal. Einen sanften Flow hinein in diesen Feindschliff, in den wir jetzt kommen, inklusive auch der Rauhnächte. Deine Ausrichtung jetzt Tag für Tag für das kommende Jahr ist das Wichtigste, was jetzt ansteht. Und lass alles andere, nebensächliche, jetzt einfach liegen oder beiseite. Ja, damit du für dich in 2024 dein ganzes Schiff in der Hand hast, dein Körper, das wird das nächste sein. Wir lernen so stark mit unseren Zellen zu sprechen in 2024 mit den Körperzellen. So stark, das wird das nächste sein, wo wir aktiviert werden in unserem Aufstiegsprozess, dass wir in die Kommunikation gehen mit unseren Zellen, mit unseren physischen Zellen. Also es wird wirklich auch abenteuerlich. Von Herzen danke. Schön, dass du jetzt dabei warst und ich wünsche dir ganz viel Segen und auf, dass du dich weiter öffnen kannst jetzt für all das, für all die Magie, die jetzt auch zu uns fließt. Von Herzen danke und danke nochmal für 25.000 Abonnenten. Niemals hätte ich das gedacht vor vier Jahren. Also vielen herzlichen Dank. Ja, merci, bye bye. Deine Daniel, alles Gute. Tschüss. Frohe Weihnacht, falls wir uns nicht mehr hören und sehen.